Ein nicht ganz fertiges Lied, kommt jetzt, hat nur dreieinhalb Strophen. Ein Punkrockstück. Und zwar weswegen? Wegen der ersten Strophe. Ich habe einen Punker-Hamster und der ist tierisch schnell. Das ist ein völlig abgeranzter mit blau-gebärbtem Fell. Neulich rannte er zu heftig auf dem Küchentisch herum und fiel in die rote Grütze. Und da guckte er tierisch dann. Hau, 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 hau. Ich habe 35 Ratten in meiner Badewanne und ihr Boot, das ist der Deckel von meiner Thermoskanne. Neulich spielten sie Piraten und schmissen mit der Seife und setzten sich auf den Beckenrand und gerauchten sich ne Pfeife. Ich habe hunderttausend Pinguine in meinem Badezimmer. Sie tanzen Volker aus dem Klo der Kälte und das wird echt immer schlimmer. Neulich tanzen sie zu Stoll und dann brach mal einer ein. Und dann sprühten sie ihn runter, das war nicht tierisch gemein. Echt mal. Jetzt kommt die halbe Strophe, das klingt total komisch, weil das Lied völlig komisch zu Ende ist dann. Wem hinterher noch einfällt, wie es weitergehen könnte, soll ich mir das bitte sagen. Neulich kam, war auch wieder ein Punk, ey, mit Punks passiert viel. Schau mal an, ne. Ey, ich habe die Strophe, die ist fertig. Ich habe sie fertig gemacht, so. Und dann warst du betrunken, hast du wieder vergessen, das war echt scheiße. In Wuppertal war das. Ich wartete noch, er saß, da besteht noch eine Viertelstunde auf der Bühne. Ey, warte mal, wie fing das an? Sag doch mal die Melodie und so und nix war. Ja, von dem besagten Pfau fängt das nämlich an. Mackerverhalten bei Pfauen, ja. Das geht so. Ich habe einen schönen Pfau und der macht sich gerne breit. Und dann schlackte alle Federn aus mit viel Gelassenheit. Ja, wie geht's weiter? Denkt mal drüber nach. Ja, das war unfertigt, habe ich schon gemerkt selber. Das kommt noch aus einer Zeit, also... ... Applaus